So, nun ist aber niemand mehr zu Wort gemeldet. Debatte geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 1305-Dabeilagen. Wer stimmt diesem Gesetzentwurf zu? Das ist einstimmig angenommen. Dritte Lesung. Wer stimmt dem Gesetzentwurf auch in dritter Lesung zu? Das ist wiederum einstimmig, somit auch in dritter Lesung angenommen. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Steinbichler, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Einführung einer Qualitätspartnerschaft für heimische Gastronomiebetriebe. Wer stimmt diesem Antrag zu? Das ist die Minderheit. Dieser Antrag ist abgelehnt.